Willkommen zu meinem neuesten Experiment. Ein Tag unter der Herrschaft von ChatGPT. In diesem Video überlasse ich die Kontrolle über meine Ernährung ganz und gar dem ultimativen Food-Algorithmus. Werden es leckere Gerichte sein oder muss ich mich auf eine Diät aus Byte und Bits und Nullen einstellen? Schaltet ein und findet es heraus. Na, wie fandet ihr dieses Intro? Das habe nicht ich geschrieben, sondern ChatGPT. Eine künstliche Intelligenz und für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, was das ist und ihre Hausaufgaben noch selber machen. Ich zeig's euch mal. Kurz gesagt ist ChatGPT ein auf einer künstlichen Intelligenz beruhender Chat von der US-amerikanischen Firma OpenAI. Und da könnt ihr wirklich alles eingeben, was ihr wollt und kriegt so gut wie immer eine Antwort. Gib mir 10 Tipps, wie ich einen größeren Schwan züchten kann. Ihr habt nichts anderes erwartet. Aber selbst wenn ihr jetzt einen größeren Schwan haben wollen würdet, würde die künstliche Intelligenz euch antworten, dass es illegal und unethisch ist, Schwäne absichtlich zu verändern und missbrauchen. Das Video hatte eigentlich was mit Essen und nichts mit Schwänen zu tun, deswegen würde ich sagen, wir schauen mal kurz hoch zum Kühlschrank. Mein Frühstück sollte einigermaßen gesund sein, schnell gehen und ich habe keinen Bock Sachen einzukaufen. Deswegen wähle ich jetzt 5 Zutaten aus dem Kühlschrank aus, die wir schon da haben. Einmal zum Frühstück gehen natürlich immer Eier. Olli Kahn! Eier, wir brauchen Eier! Dann haben wir hier noch so schön frische Blaubeeren da. Wenn ich jetzt noch Lachs nehme, habe ich Angst, dass sie mir was ganz Ekliges macht. Warum ist das eigentlich eine Sie? Würdest du sagen, ChatGPT ist eine Sie oder ein Er? Irgendwie für mich ist das eine Sie. Excuse me? Dass ich einfach nicht in diese Geschlechterrollen, so männlich und weiblich, mich da einfach nicht einordnen kann, in beides nicht. Dann nehmen wir noch die Petersilie hier für die Eier. Außerdem natürlich noch Haferflocken. Wir nehmen noch diesen Lachs mit rein. Ich bin mal gespannt, was die mir aus diesen 5 Zutaten jetzt hier für ein Rezept zaubert. Ich habe ihr jetzt geschrieben, erstelle mir ein Frühstücksrezept aus folgenden 5 Zutaten. Heidelbeeren, geräucherter Lachs, Eier und Petersilie. 1, 2, 3, 4. Das zählen bis 5. Das lernen wir nochmal. Jetzt dauert das Ganze kurz und sie schreibt mir... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Heidelbeer, Lachs, Eierpfannkuchen. Was wird das denn bitte? Ich habe jetzt hier sogar eine komplette Zubereitung bekommen. Das werde ich jetzt einmal umsetzen. Und ich habe die leise Befürchtung, dass der Tag schon wirklich verrückt beginnt. Ich wollte ja eigentlich ein Frühstück, was schnell geht und einfach geht. Schwierig ist es auf jeden Fall nicht. Dennoch hat mich die ganze Zubereitung über 20 Minuten gekostet. Was mir persönlich dann eigentlich schon zu lang ist. Und das Einzige, was dazu jetzt noch fehlt, ist die Blaubeer-Jüte, die man da jetzt noch drüber geben soll. Bei der Kombination kann es jetzt nur zwei Optionen geben. Entweder das wird genauso eine Enttäuschung wie meine Geburt. Oder wir erleben jetzt hier ein kulinarisches Abenteuer. So wie der Astronaut, der dachte, dass die kleinste Zahl drei ist. Start in fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Start. Meine Damen und Herren, darf ich ums Rommelwirbel bitten? 70 Gramm Eiweiß, fünf Zutaten. Lachs und Heidelbeeren gepaart mit Petersilie, Haferflocken etc. Okay. Es ist jetzt nicht super geil, der erste Bissen, aber es ist auch nicht so schlimm. Probier's mal ohne Lachs. Die Blaubeeren passen da einfach nicht dazu, Alter. Bei aller Liebe. Es ist absolut keine Vollkatastrophe. Und dafür, dass es fünf sehr random Zutaten waren, ist das Ergebnis sogar eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich kann damit leben, so wie Sophia mit mir auch leben muss. Die 70 Gramm Eiweiß werde ich mir jetzt einverleihen. Meine Damen und Herren, ich bin auf dem Weg zum Fitnessstudio. Das Frühstück wurde verdrückt. Es liegt sehr gut im Magen, also es war eine ziemlich leichte Mahlzeit. Und ich habe auch schon direkt ChatGPT mein Workout bestimmen lassen, was ich mir jetzt im Gold's Gym gönne. Ihr könnt da auch Trainingspläne und alles Mögliche eingeben und wir stellen das für euch. Wir haben ja schon auf den ersten Blick, es ist ein bisschen sehr durcheinander. Und seit neuestem ist Kreuzheben, eine Isolationsübung für die Schultern. Hä, was? Nein, das würde gerade meinen Kopf f***en. Heute mal wieder was Neues gelernt. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Damit ich ein paar Wiederholungen mehr schaffe, knall ich mir hier so ein Energy-BCR von MyProtein rein. Schmeckt sehr geil, hat 150 Milligramm Koffein und den Booster kann ich euch auch empfehlen. Ich habe letztens getestet. Link zu den Sachen ist in der Videobeschreibung, wenn ihr es habt, wenn ihr es braucht. Ihr wisst Bescheid, Code Franklin. Damit könnt ihr mal maximal sparen und meine Backen, sowohl die als auch die anderen, werden damit gut genähert. Jetzt gibt es ein Workout und wir schauen mal, was der Trainingsplan von JetGP... GBT... GBT RS370, was die künstliche Intelligenz für uns gezaubert hat. Erste Übung, Latzien. Nächste Übung, Kurzhantelrudern. Wir haben ja nicht gerade eben schon gerudert. Kommen jetzt die Klimmzüge. Mal schauen, wie viel ich jetzt überhaupt noch schaffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Gerade noch so geschafft. So, das ist jetzt die vorletzte Übung von meinem JetGPT-Training, Leute. Anstelle des Kreuzhebens mache ich noch Reverse Butterfly gleich. Die sind nämlich wirklich für die hintere Schulter. Fazit zum Training gibt es jetzt, wenn es auch das nächste Essen gibt. Und ich bin draußen angekommen, Leute. Workout ist durch. Das Workout hat null Sinn gemacht. Es waren Latzien, Klimmzüge doppelt. Bruder war einmal im Kabelzug, einmal mit der Kurzhantel doppelt. Seither hatten wir auch doppelt. Also es ist schon krass, was die mittlerweile können, aber der Plan macht null Sinn. Jetzt habe ich wieder ordentlich... Also Schatz, wir sind hier komplett falsch. Wir fahren nicht mit dem Aufzug. Jetzt sind wir ganz woanders rausgekommen. Der Hunger ist mittlerweile auch wieder da. Wir suchen unser Auto und ich würde sagen, dort bestimmen wir auch mal gleich das nächste Essen. Wir sind im Auto angekommen und ich habe auch schon überlegt, was ich, JetGPT, fragen werde. Wenn man was reinschreibt, muss es immer recht konkret sein, damit die auch einem eine gute Antwort geben kann. Nenne mir einen guten Streetfood-Laden, wo ich jetzt etwas essen kann, der in München ist. Da müsste was möglich sein. Streetfood schmeckt immer geil. Mal schauen, was die mir ausspuckt. Spatenhaus. Bruder, willst du mich... Spatenhaus ist Streetfood oder was? Spatenhaus, dieses beliebte Restaurant, befindet sich direkt an der Maximilianstraße in München und bietet regionale Streetfood. Der Speiseplan besteht aus traditionellen süddeutschen Speisen wie Brezen, Spätzle, Nudeln, Flammkuchen, Gulasch, Supersüßigkeiten und vielen anderen leckeren Speisen. Außerdem gibt es eine Vielzahl von amerikanischen Streetfood-Favoriten, die Sie unter anderem auf der Dachterrasse genießen können. In Spatenhaus erwarten Sie abwechslungsreiche Köstlichkeiten in einer ansprechenden Atmosphäre. What the fuck? Ich habe jetzt mit allem geredet, aber nicht mit dem Spatenhaus auf der Maximilianstraße. Ich war noch nie in meinem Leben da. Ich kann mir nicht vorstellen, was es dort für Streetfood geben soll. Maximilianstraße in Streetfood, das ist voller Widerspruch. Maximilianstraße ist ein Abstand, die teuerste Straße in München. Wir sagen einfach, wir sind hier schon Stammkunden, wir wissen, dass es hier nicht nur im Spatenhaus bayerisches Essen gibt. Wir waren hier schon so oft. Wir wissen, auf der Dachterrasse gibt es auch amerikanisches Fastfood. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe gehört, ihr habt bei euch oben auf der Dachterrasse, ich habe das im Internet gelesen, im Internet steht, dass ihr eine Dachterrasse habt mit amerikanischem Streetfood. Bier? Das hat mich auch sehr gewundert. Das war woanders, aber nicht bei uns. Also hier gibt es kein amerikanisches Streetfood auf der Dachterrasse. Keine Ahnung, wo dieses Gerücht herkommt, aber dann gehen wir runter und probieren halt einfach das bayerische Streetfood. Ich habe gefragt, gibt es eine Mahlzeit, die du mir in dem Spatenhaus in München empfehlen kannst? Und die Antwort war ziemlich klar. Ja, ich kann dir aus dem Spatenhaus empfehlen, eine der beliebtesten traditionellen Mahlzeiten zu probieren. Die Käsespätzle. Dieses Gericht besteht aus hausgemachten Teigwaren, die mit Käse und Zwiebeln überbacken sind. Es ist ein großartiger Geschmack und ein sehr häufiges Gericht in ganz Deutschland. Ich bin mir sicher, dass du es lieben wirst. Und natürlich bin ich eine kleine gefräßige Hamsterbacke. Und ohne Nachtisch gehe ich hier nicht raus. Es gibt hier nur vier Nachtische und noch Eis. Also es gibt nicht mal so viele Sachen. Und die weiß ziemlich genau, was sogar auf der Karte hier draufsteht. Weil beim Nachtisch hat es mir auch was Konkretes gesagt. Einer meiner Lieblingsnachtische im Spatenhaus München ist der Rhabarberkuchen mit Sahne. Er ist einfach traumhaft lecker und man kann nicht genug davon bekommen. Ich habe das nicht. Anscheinend, ja? Er ist ein gehöriger Blickfang. Was war das vorher mit den Käsespätzchen? Gibt es eine Mahlzeit, die du mir im Spatenhaus in München? Das ist eine künstliche Intelligenz, die du schreibst. Ohne Schmarrn. Künstliche Intelligenz. Das ist kein Witz. Käsespätzchen. Ja. Und die haben viele Käsespätzchen. Ja. Wenn Sie etwas anderes möchten, können Sie einen Eisbecher bestellen. Auch der Apfelstrudel mit Vanilleeis ist eine gute Wahl für einen süßen Nachmittagssnack. Dann probieren wir doch mal von der guten Dame hier ihren Lieblingsnachtisch im Spatenhaus. Der legendäre Apfelstrudel. Hier sehr schön serviert mit Vanilleeis. Dann haben wir hier ein paar Pistazien, Puderzucker, Füsa alles dazu. Oh ja, der kann was. Der ist schön zimtig und abflick. Das Vanilleeis dazu sehr, sehr schön präsentiert. Auch die Preise sind echt happig. Also die hat uns hier in ein nicht allzu günstiges Restaurant reingeführt. Zum Beispiel kosten diese Käsespätzle 20 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis für so eine Portion. Eigentlich wollten wir irgendwo in so einen Dönerladen oder irgendwas anderes rein. Jetzt sind wir in einem bayerischen Restaurant gelandet. Dann probieren wir mal die Käsespätzle. Wer von euch hat das schon mal probiert? Oder Karspatzen, der uns in Bayern sagt, oh ja, ziehen auch einen schönen Faden. Probieren wir hier mal. Da habe ich jetzt wirklich ehrlich gesagt gerade 0,0 Bock drauf. Imagine, ihr macht ein Workout trainiert. Freut euch auf ein vielleicht einigermaßen gesundes, eiweißreiches Post-Workout-Meal. Und dann kriegt ihr einfach Käsespätzen. Das ist halt so, Digga. Muss ich sagen, haben einen angenehmen Geschmack. Sind mir ein bisschen zu sanig. Die könnten noch ein bisschen mehr käsig sein. Noch ein bisschen mehr Stinkkäse drin. Ich mag, wenn er stinkt, Leute. Sophia mag es nicht, wenn er stinkt. Meiner stinkt. Also der Käsespatzen-Tiller, der vor mir steht. Also bis jetzt muss ich sagen, die Essensempfehlungen von der KI passen im Endeffekt genauso wenig wie Finanztipps zu Arpo Red. Ich geh mal das Ganze rein. So Leute, 65 Euro bin ich ärmer. Ich würde dem ganzen Laden eine stabile 7 von 10 oder 6,5 von 10 geben. Service war sehr nice. Der Apfelstrudel hat tatsächlich gut geschmeckt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich von Chachibiti die Lieblingsspeise ist. Der Rest hätte noch krasser sein können. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, was es zum Abendessen gibt. Wir haben einige Stunden später und ich habe Chachibiti wirklich kritische Fragen gestellt, Bruder. Diesen ganz anderen kritischen Hasen. Eine Frage war zum Beispiel, was findest du besser? Burger King oder McDonald's? Ihr könnt mal noch Pause machen und euch mal die Antworten nur durchlesen. Ich muss sagen, das ist ganz schön neutral formuliert. Eine Sache hingegen, wo richtiger Schwachsinn gelabert wurde, war, was es Gesundes bei McDonald's zu essen gibt. Und da wurden wirklich einige Sachen auf Ernst, auf Ernst, Leute, aufgelistet. Das kannst du nicht machen. Und da ist auch so ein McFish dabei. Also dieser frittierte Fisch soll quasi gesünder sein als normales Burger-Pattie. Die ganze Mayo, die vergessen wir einfach mal. Genauso wie so ein Brioche-Bun, vergessen wir auch einfach. Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz, wo viele Fastfood-Ketten sind. Unter anderem auch ein KFC. Und ich war ein bisschen unentschlossen, was ich jetzt zum Abend essen soll. Dann habe ich mich entschlossen. Wisst ihr was? Ich war schon seit eineinhalb Monaten, zwei Monaten nicht mehr bei meinem guten alten Freund, McDoof. Deswegen habe ich einmal nachgefragt, was ich mir bei McDonald's Deutschland bestellen soll. Und es wurden mir ein paar Sachen ausgespuckt, was es ist. Das sehen wir gleich. Hier befindet sich meine Bestellung. Was da drin ist, werdet ihr gleich sehen. Aber bevor ich es nach Hause packe, muss ich erstmal noch dieses McFlurry hier verdrücken. Das war nämlich auf meiner Bestellung auch dabei. Und ich habe jahrelang mindestens genauso verzweifelt nach der perfekten Kombination von McFlurry gesucht wie Nico Lifestyle nach einer neuen Freundin. Wie ihr schon am Titel lesen konntet, ich suche eine Freundin. Ich hätte fast gesagt Frau. Und ich glaube, ich habe die perfekte Lösung gefunden. Vanille, Karamellsoße, Mars und Oreo. Manchmal nehme ich noch Smarties mit rein. Das ist die Kombi, die ich richtig, richtig feiere. Ja, die Smarties fehlen. Und tausche das Mars mit diesem Katjes aus. Das schmeckt noch besser. Das ist auch mein erstes Mal McDonalds wieder seit dem Magmaton. Ich hatte immer wieder Gelüste, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich ja zum Ende hin wirklich so ein bisschen süchtig gemacht. Aber ich habe widerstanden. Und jetzt gucken wir mal, wie mir die Sachen nach zwei Monaten Pause wieder schmecken. Die Antwort auf meine Essensfrage war, in Deutschland hat McDonalds einige beliebte Produkte, die ich Ihnen empfehlen kann. Einige dieser Produkte sind der B-I-G-M-A-C. Big Mac. Kollege, wir haben uns häufig gesehen, einen Monat lang, in verschiedensten Ländern auf der Welt. Und ich hatte schon welche, die schlechter aussahen als der. Und ein bisschen muss ich sagen, habe ich auch Bock auf dich. Komm her zu mir, mein Schätzchen. Dieses McDonalds-Experiment hat echt was mit mir gemacht, weil ich feiere die Sachen jetzt immer noch mehr vom Geschmack her als davor. Das nächste Produkt war ein bisschen random und zwar war es mein Lieblingsrapper, MC Chicken. Der Kollege sieht so aus und ich finde, er ist wirklich fresh. Ein Hähnchenbrustfilet auf einem Sesambrötchen mit Salat und Soße. Ob das Hähnchenbrustfilet ist? I doubt it. I doubt it sehr stark. Ich weiß, es ist schwierig zu erkennen. Aber wenn ihr nicht erkennen könnt, seht ihr, dass es kein Hähnchenbrustfilet ist. Ganz komischer Burger, aber ich nicht weiß, wer den wirklich bestellt. Und zuletzt das Produkt, was am beliebtesten ist, die beliebten Pommes frites du McDonalds. Bitte, lieber Gott, macht, dass sie nicht kalt sind. Verdammt, seist du. Die sind kalt. Meine lieben Damen, meine lieben Herren und auch meine lieben Glatzköpfe da draußen. Für mich war das, das und das. Das letzte Essen des Tages, was ChatGPT bestimmt hat. Es ist auf jeden Fall krass, was das künstliche Intelligenzmonster kann. Auch wenn vor allen Dingen diese Wahl mit dem Spatenbräu und der Terrasse sehr random war, woher die Info kommt, würde ich noch gern wissen. Ihr seht mich jetzt noch ein kleines bisschen beim Essen und ich würde sagen, nächste Woche sehen wir uns wieder. ChatGP gerne auch mal in meinem Link und Video beschreiben bei Twitch vorbei. Macht's gut, bis dahin, auf und aus. Ciao.